Eine Krise hängt ja auch oft damit zusammen, dass Entscheidungen getroffen worden sind, mit denen du vielleicht nichts zu tun hast, dass du auch mal was aus der Hand geben musstest, wo man sich dann auch mal wieder zurücklehnen muss und sagen muss, naja, vielleicht sollte das jetzt so sein und eigentlich aus einer Krisensituation immer noch versuchen, das Optimistische und das Gute herauszusuchen. Ich glaube, das ist einfach eine große Gabe. Und da glaube ich wirklich, dass ich die so habe, dass egal, was um mich passiert, alles irgendwie zusammenbricht. Ich denke immer noch, irgendwas Positives muss schon noch dabei rauskommen. Der dann eben Anders-Effekt, das bedeutet, dass Menschen an einem Punkt waren in ihrem Leben, wo sie nicht mehr weiter wussten und dann ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Und ich habe immer gedacht, das werden die Menschen merken, dass ich einfach nicht die Richtige bin, weil ich einfach der Meinung war, ich bin nicht die Richtige. Erstmal, was ist denn normal? Und so wundervoll normal. Keiner von uns ist normal, überhaupt keiner ist normal. Du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Wir melden uns zurück aus unserer Sommerpause, heute mit einer Ikone des deutschen Sports. Katharina Witt, mit ihr möchte ich gerne darüber sprechen, warum wir in unserer Gesellschaft wieder mehr auf Leistung setzen sollten, warum es ihr so wichtig ist, Menschen weltweit und inklusiv den Zugang zu Sportangeboten zu ermöglichen und wie sie sich ganz persönlich fit hält. Herzlich willkommen, Katharina Witt. Schön, dass Sie da sind. Ich könnte jetzt mit Ihnen natürlich stundenlang über verschiedenste Themen sprechen, aber wir haben ein begrenztes Budget und deswegen dachte ich, wir komprimieren mal am Anfang und sprechen direkt über den Begriff der Leistung. Denn Sie sind ja jemand, der in Deutschland wie kaum ein Zweiter für Leistung steht, für eine positive Leistung. Trotzdem ist dieser Begriff mittlerweile auch ein bisschen umstritten. Und Sie haben unlängst in einem Interview gesagt, allgemein scheint es sich gesellschaftlich durchzusetzen, bloß nicht zu viel Leistung zu bringen. Wie war das gemeint? Ja, so gemeint, wie ich es gesagt habe. Weil man hat tatsächlich wirklich das Gefühl, dass wenn jemand zu leistungsstark ist, dass man dann plötzlich als zu ehrgeizig gilt oder dass eine gewisse Gleichmacherei den Vorgang, den Vorrang bekommt, um vielleicht auch eine gewisse Form von Gerechtigkeit herzustellen. Was ich aber glaube, in dem Moment einfach falsch ist, wenn man schon mal zum Beispiel im Sport ist, gerade ich, die vom Leistungssport kommt, wo es natürlich immer darum geht, du willst die Beste sein. Und ein schönes Beispiel sind für mich die Jugendspiele, wo man einfach abgeschafft hat, dass es um eine Goldmedaille geht, eine Silbe- oder eine Bronzemedaille, weil man den Kindern nicht zumuten will, vielleicht, dass das eine schwächer ist als das andere. Und ich finde, gerade im jungen Alter, die Kinder, die sind ja im ständigen Wettstreit. Und die sagen, komm, wer ist zuerst an der Haltestelle? Wer ist zuerst angezogen? Wer schafft, drei Räder zu schlagen? Also die sind ja eigentlich die ganze Zeit, ohne dass sie es mit einer Medaille verbinden oder dass es irgendwie um was geht, sondern die wollen eigentlich die ganze Zeit sich kappeln. Und da wird man plötzlich, werden die dann auch wieder eingeschränkt. Also Wettkampf auch als etwas, was uns zum Wachsen ist? Positiv, ja, total zum Wachsen. Und vor allen Dingen, es ist ja auch gar nicht schlecht, mal zu verlieren oder mal bei etwas nicht so gut zu sein. Umso mehr strengt man sich vielleicht das nächste Mal an oder umso mehr weiß man, okay, du rennst schneller, aber ich kann dafür besser singen oder ich kann besser malen. Also das sind ja dann auch eine gesunde Form von Wettstreit, wo jeder merken kann, wo seine Stärke liegt. Und ich glaube, wenn es dann gar nicht mehr um Leistung geht, vielleicht suchst du dann auch selber gar nicht mehr für dich, ja, in was bin ich denn gut oder in was kann ich denn vielleicht besser sein, weil ich woanders nicht ganz so gut bin. Und ich glaube, dieses, man will gut sein, man will immer besser werden, es geht ja nicht immer darum, Gewinner zu sein, sondern dass man auch seine eigenen Grenzen auslotst und dich an deine Grenzen bringst. Und ich finde, das bringt uns einfach im Leben einfach weiter. Und wir können uns ja auch, deswegen meine ich das so, ich habe so das Gefühl, diese Besonderheit haben wir jetzt vor allen Dingen so in Deutschland neu erfunden. Und in der Welt um uns herum scheint es irgendwie weiterhin Innovation, Leistung und all das noch mehr gefördert zu werden und auch noch mehr Anerkennung dafür zu bekommen. Und bei Ihnen war es ja so, die ganze Welt hat zugeschaut, man steht da auf dem Eis, das ist ja eine wahnsinnige Leistung, wahnsinniger Druck. Was hat das Ihnen bis heute geholfen? Wo sagen Sie, heute im Leben profitieren Sie noch davon, dass Sie diese Schuhe durchlaufen haben? Also ich finde, dass ich eigentlich in allen Bereichen des Lebens davon profitiere. Manchmal habe ich sogar eher das Gefühl, das kann auch ein Fluch sein, weil einfach für uns Leistungssportler generell, glaube ich, die Schmerzgrenze einfach ganz woanders liegt. Also wir sind da auch viel schmerzunempfindlicher bei bestimmten Dingen. Aber ich merke natürlich, selbst wenn ich als Eiskunstlauf-Expertin gefragt bin oder vielleicht woanders einen Text schreibe. Man macht das so lange, bis man weiß, das ist einfach gut und das ist perfekt oder das ist ein Fotoshooting. Also ich habe das ganz schön oft erlebt, dass ein Fotograf sagt, also das kennen wir so gar nicht. Irgendwann sagt dann jemand nach drei, vier Stunden so, das war's, jetzt müsst ihr es haben. Und ich dann immer noch, okay, haben wir es denn jetzt noch nicht? Okay, dann sagt mir, dann mache ich es noch besser. Also man sich auch selbst immer versucht, gemeinsam mitzuoptimieren und manchmal wäre es vielleicht schöner zu sagen, komm, lass mich in Ruhe, es ist gut. Aber diesen Anspruch, den ich als kleines Kind, als Mädchen, als Jugendliche einfach über die Schule des Sports mitbekommen habe, die begleitet mich eigentlich in meinem Leben, egal wo es ist. Und ich finde das eigentlich als eine große Bereicherung. Und das gilt ja auch für uns Autonormalverbraucher. Also auch wenn wir nur Freizeitsport machen, trotzdem, man lernt Disziplin, man lernt Durchhalten, man lernt Regelmäßigkeit, Tagesstruktur. Absolut, auch ein Teamplayer zu sein, das lernt man durch den Sport. Also niemand, selbst ein Einzelsportler, ein individueller Sportler, der steht zwar am Ende alleine auf dem Siegerprotest, bei einer Fußballmannschaft sind es alle zusammen, aber es ist immer ein Team, was gemeinsam so eine Leistung erarbeitet, wo du mit deinem Trainer, mit deinem Physiotherapeuten, auch die Lehrer in der Schule oder, oder, oder die Familie, die Eltern, die Freunde, die müssen einen ja alle mit unterstützen. Und gerade diese Form von sich ein Ziel setzen, auch nicht sofort aufgeben, wissen, wie man mit Rückschlägen zurechtkommt, dass es Rückschläge immer gibt. Die Rückschläge, die gehören dazu. Wenn man die Täler nicht durchläuft, kann man die Höhen auch nicht so richtig genießen. Aber es geht nie immer nur nach oben. Und das haben wir halt im Sport wirklich gelernt. Das geht ein Stück nach oben, dann geht es nach unten, dann geht es wieder mal nach oben, dann geht es wieder nach unten. Die Richtung ist entscheidend, dass es am Ende sich immer irgendwie weiterentwickelt. Also auch im Leben, wenn man eine Krise hat, dass man irgendwie in seinem Hinterkopf weiß, wenn ich mich anstrenge, wenn ich eine gewisse Disziplin auch habe, kann ich da wieder rauskommen. Dann kannst du wieder rauskommen. Und manchmal, also das bin auch ich tatsächlich so ein bisschen, dass man auch mal etwas so nimmt, weil es so sein soll. Also wenn gerade eine Krise hängt ja auch oft damit zusammen, dass Entscheidungen getroffen worden sind, mit denen du vielleicht nichts zu tun hast, dass du auch mal was aus der Hand geben musstest, wo man sich dann auch mal wieder zurücklehnen muss und sagen muss, naja, vielleicht sollte das jetzt so sein. Und eigentlich aus einer Krisensituation immer noch versuchen, das Optimistische und das Gute herauszusuchen. Ich glaube, das ist einfach eine große Gabe. Und da glaube ich wirklich, dass ich die so habe, dass egal, was um mich passiert, alles irgendwie zusammenbricht. Ich denke immer noch irgendwas Positives muss schon noch dabei rauskommen. Und was ich auch auf der psychologischen Ebene sehr spannend fand, ich habe im Interview gelesen, dass du, wenn du da raus bist aufs Eis, du hast dich nicht als das Opfer gesehen, was jetzt gesehen wird von allen und muss, sondern als eine Kriegerin, eine Kämpferin, die jetzt dafür kämpft, dort ein Gute. Also das heißt, du bist aus der passiven Rolle in die aktive Rolle gegangen. Ich glaube, das ist auch was, was uns ganz viel helfen kann. Ja, das glaube ich schon, dass wir Sportler, also ich habe das so ein bisschen verglichen, dass wir Sportler schon eine Art von Kriegern sind. Du ziehst in eine Art von Konkurrenz, Krieg in Anführungsstrichen. Das ist ein ganz anderer Schauplatz als ein Krieg. Also das darf man nicht miteinander vergleichen. Aber ich meine, wenn wir zurückgehen ins alte Griechenland oder in die Antike, natürlich waren auch da die Helden, waren ja am Ende auch die Krieger, die im Sport sich dort bewiesen haben. Natürlich ging es da immer um Leben und Tod. Das geht es ja bei uns zum Glück nicht. Also sowas möchte ich nicht antreten. Aber du bist vom Kopf herangegangen. Es geht um Gewinnen, Verlieren und ein bisschen bin ich tatsächlich rangegangen. Es geht für mich um Leben oder Sterben. Also ich glaube, und diese Mentalität, die hilft dir wirklich, eine unheimliche Kraft zu entwickeln und vielleicht auch dadurch im Kopf ganz stark zu sein. Mental, also die mentale Stärke, das hört man ja immer wieder, gerade von den Leistungssportlern. Du hast Leistungssportler, da ist ja vom ersten bis zum sechsten oder vom ersten bis zum zehnten Platz ist ja die Leistungsdichte ganz groß. Da entscheiden ja hundertstel Sekunden. Und das ist oftmals dann wirklich, oftmals ist es die mentale Stärke, die entscheidet, wer ist derjenige, der ganz oben steht. Aber das ist ja auch der Grund, warum Leistung auch so ein bisschen ambivalent oft gesehen wird, dass Leistung auch mit Druck im Zusammenhang steht und zu viel Druck auch krank machen kann. Auch im Eiskunstlauf sind ja Essstörungen zum Beispiel immer mal wieder ein Thema. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie sowas nicht bekommen haben? Weil Sie hatten auch eine ganz harte Lehrerin, Sie hatten eine harte Schule. Sie haben auch wochenlang nur Reis mit Süßstoff essen dürfen, habe ich gelesen. Nein, nicht wochenlang, das waren mal so vereinzelte Tage, ansonsten hätte ich das wahrscheinlich nicht überstanden. Ja, ich glaube, man muss auch nochmal einen Unterschied machen zwischen einem Druck im Sport und vielleicht auch einem Druck im Beruf. Also ich denke ja immer, dass gerade im Sport hat jeder das viel mehr selbst in der Hand. Du weißt, was du kannst, was du leisten kannst, wenn du fleißig genug bist, dass du es schaffst. Das Quäntchen Glück gehört immer dazu, auch natürlich das Glück, dass man von Verletzungen verschont bleibt. Und im Beruflichen ist es immer nochmal was anderes. Da ist eine andere Form von Konkurrenzkampf, da kann nochmal ein Mobbing entstehen, da kann natürlich zwischen den Chefs und der nächsten Etage ein Kommunikationsproblem entstehen oder jemand neben dir hört dir zu, klaut dir eine Idee. Nee, das ist immer nochmal, glaube ich, eine ganz andere Art von Druck und Kollegialität, die man haben sollte innerhalb eines gesunden Arbeitsumfeldes. Und deswegen sage ich auch mal zu allen, wenn ich genieße ja den Sport, wenn ich mit jungen Athleten spreche, dass das wird nie fairer später im Leben, als wie es jetzt eigentlich ist. Das hat was sehr, sehr Faires im Sport. Und ja, das sind Sportarten wie Leistungsgymnastiktorn, sicherlich auch Turmspringen, Skispringer, Eiskunstlauf. Das sind natürlich Sportarten, wo das Gewicht eine große Rolle spielt. Und das waren schon schwierige Zeiten. Ich war schon jemand, der auch ganz gern mal was gegessen hat. Und dann war ich im Sommer ein bisschen korpulenter, wenn ich das heute vergleiche. Korpulent wäre in Größe 34 dann. Ja, wahrscheinlich, so ungefähr. Weil ich sehe, mein Carmen-Kostüm hängt ja zum Beispiel im Museum in Lausanne, im Olympischen Museum. Und wenn ich das Kostümchen sehe, denke ich, oh mein Gott. Und da wurde dann manchmal schon gesagt, du wiegst eigentlich zu viel. Also da hätte ich mir tatsächlich damals eine gesündere Einstellung ein bisschen gewünscht. Da sind wir heute schon viel, viel weiter, auch mit der Ernährung. Ich meine, heute würde man ja nie mehr sagen, Reis mit Süßstoff und Zitrone ist gesund. Das war auch damals nicht gesund. Aber es war mal so eine Notlage, mal mittags. Da hätte man natürlich sagen müssen, also es ist völliger Quatsch, ob du nur ein Stück Fleisch isst mit ordentlich Gemüse oder auch mal die Kohlenhydrate hast, weil du verbrauchst sie, da waren wir einfach von der Wissenschaft noch nicht so weit. Und Frau Müller, als meine damalige Trainerin, war bestimmt auch ein bisschen abstrakt und dachte, nur hungern hilft, viel trainieren, nur hungern. Da hatte ich dann aber zum Glück meinen Papa, der dann dahin gegangen ist und gesagt hat, entweder kriegt meine Tochter was zu essen oder ich nehme sie aus dem Sport raus. Also da haben natürlich sich schon meine Eltern auch vor mich gestellt und haben mich beschützt. Eine ganz wichtige Ressource, wenn wir auch darüber sprechen, was schützt uns davor, vielleicht durch diesen Druck krank zu werden? Was hat dich geschützt? Was hat dir geholfen? Deine Eltern? Deine Familie? Absolut. Mein wirklich gesundes Umfeld mit meinen Eltern, mit Freunden und dass ich immer ganz gut trotzdem loslassen konnte. Also das ist ja auch etwas, was man können sollte, dass wenn an einem Tag was nicht so gut klappt, ich konnte Probleme sehr gut wegschlafen und dann war das nächste Tag, neuer Tag, neuer Beginn. Und das konnte ich ganz gut und auch nicht nachtragend sein, gerade wenn du im Sport mit einer sehr engagierten Trainerin zu tun hast, die ja doch über den Tag hinweg dich auch viel verbessert und kritisiert, dass du das auch nie persönlich nimmst. Und auch das Gefühl, trotzdem geliebt zu sein, auch wenn du scheiterst. Dass dieser Druck eben nicht darin besteht, das muss jetzt, sondern es gibt auch noch ein Leben außerhalb dessen. Ja, das ist richtig. Wobei, gerade wenn du so im Leistungssport verhaftet bist, musst du eigentlich total fokussiert und konzentriert sein. Und bei mir hat es natürlich funktioniert, dass ich gedacht habe, für mich gibt es nur den Sport. Natürlich hatte ich meine Freundinnen, ich hatte meine Familie. Aber das war natürlich alles schon zeitlich limitiert. Also der größte Zeitfaktor, sieben bis acht Stunden war ich im Stadion oder in der Schule. Und meine Trainerin oder meine Trainer überhaupt, die haben mehr mit mir erlebt als jetzt meine Eltern. Und du bist ja auch heute noch wahnsinnig aktiv, vor allem auch im Sozialbereich. Du hast eine eigene Stiftung seit 19 Jahren. Und ich hatte auf die Internetseite geguckt, gestern, da stand, ihr hättet 875 Projekte umgesetzt. Ich habe aber vorhin gehört, das stimmt gar nicht. Ihr seid schon über 900. Was macht ihr da zum Beispiel? Also die Stiftung, die habe ich gegründet. Wir unterstützen Kinder und Jugendliche mit körperlicher Beeinträchtigung. Und wir helfen natürlich bei bestimmten Katastrophen. Also Katastrophenhilfe, das als ein Erdbeben gewesen ist, dass wir Kindern und Jugendlichen helfen, dass sie Prothesen bekommen. Dann müssen die ja für mehrere Jahre begleitet werden, weil die müssen immer wieder an das angepasst werden, weil die Kinder und Jugendlichen ja dann wachsen und älter und erwachsener werden. Und vor allen Dingen aber in der jüngeren Vergangenheit unterstützen wir und fördern wir sehr, sehr viele Sportprojekte, weil wir einfach merken, wie wichtig gerade der Sport ist, auch für junge Menschen, die mit einer körperlichen Beeinträchtigung zu kämpfen haben und die durch den Sport und durch das Selbstbewusstsein, was sie durch den Sport dann erlangen, einfach viel mehr Teilhabe am Leben haben können. Und da, ja, entweder ob das eine Eishockey-Mannschaft ist, die wir mit fördern, oder ob das Volleyball ist, ob das eine Pferdetherapie sein kann oder selbst in Schulen, dass wir helfen, dass Sportgeräte angeschafft werden können, wo Kinder mit und ohne Beeinträchtigung Zugang haben. Und das Wichtigste oder ein großes Leuchtturmprojekt dessen ist auch dieser Event hier in Potsdam mit inklusiv gewinnt. Das ist eigentlich ein ganz großer Schritt auch für uns gewesen als Stiftung, das mit zu fördern, weil es ja auch wirklich um Inklusion gibt, dass das Menschen mit und ohne Behinderung oder Beeinträchtigung gemeinsam Sport machen können. Also auch der Sport als verbindendes Element und auch der Gedanke dahinter, man ist nicht nur seine Einschränkung, sondern man ist noch so viel mehr und das verbindet. Ja, und auch da eine größere Selbstverständlichkeit herzustellen, was bei so einem Sportevent zum Beispiel dann auch funktioniert. Auch viele Athleten, die vielleicht vorher mal keine Berührung hatten mit einem anderen Athleten mit Behinderung, obwohl die sich ja trotzdem irgendwie mal irgendwo treffen, aber auch sagen, Mensch, das ist schon eine Besonderheit jetzt gemeinsam ins Schwimmbecken zu springen und du hast rechts jemanden von den Paralympischen und links jemanden von dir, der bei den Special Olympics dabei war. Also du merkst auch, dass dann ein ganz großer gegenseitiger Respekt doch da ist, auch für die Leistung der anderen. Ja, und man kann das Event besuchen, man kann als Familie dahin kommen, es ist ein großes Event in Potsdam, in Leipzig war es ja auch gewesen. Und dort können zum Beispiel Kinder, habe ich gehört, auch ausprobieren, wie es sich anfühlt, eine Einschränkung zu haben, zum Beispiel eine G-Einschränkung. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ganz junge Menschen schon lernen, oh, wie fühlt sich das an. Das ist richtig. Wir haben viele Vereine, die beim Familienfest mit auch teilnehmen und dann sich auch selber dort vorstellen, was man dort für Möglichkeiten hat. Aber zum Beispiel, dass man auch mal ausprobieren kann, wie ist es im Rollstuhl zu sitzen und mal über Barrieren versuchen, drüber zu rollen. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Wir haben einen Jungen, der über die WCM-X-Räder, das ist wie so was, was im Motocross ist mit Hindernissen, dass man fährt. So gibt es das auch im Rollstuhl. Und wenn die Kinder das genügend trainieren, kriegen sie halt genügend Oberkörpermuskulatur, Armmuskulatur, Koordination. Und dann können sie sich auch freier im täglichen Leben bewegen. Also zum Beispiel auch mal Treppe mit einem Rollstuhl versuchen, runterzufahren. Weil wir sind ja weiterhin, auch gerade was die öffentlichen Verkehrswege betrifft, ist ja noch nicht alles so ebenerdig oder so möglich, dass alle alles mit benutzen können. Und das gibt einem jungen Menschen dann auch die Möglichkeit, Mensch, trotzdem kann ich dank meiner Muskelkraft und der Koordination es schaffen, doch mit einem Rollstuhl eine Treppe zu überwinden. Das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich ein ganz wichtiges Thema, sich zu überlegen, wie können wir im Alltag das den Menschen leichter machen, dass sie nicht dauernd um Hilfe fragen müssen, sondern selbstständig. Und da gibt es ja noch, sei es an Bahnhöfen oder wo auch immer, ganz viele Beeinträchtigungen. Und am 15. September kann man vorbeikommen hier in Potsdam. Und Sie sind auch da? Ich bin auch da. Ja, ich bin die Schirmeherrin. Und wir fördern das auch mit der Stiftung. Und vor allen Dingen ist es einfach, es ist etwas zum Anfassen, zum Live-Miterleben. Es ist zum Anfassen. Es ist, ja, ich glaube aber auch gerade, dass viele gerade die Olympischen Spiele gesehen haben. Sie werden die Paralympics mit beobachten. Und dann auch die Athleten, gerade die Laura Lindemann, die da sein wird, die hat man ja gerade beim Triathlon gesehen, wie sie in der Mix-Staffel gewonnen hat. Und sie war heute zur Pressekonferenz. Also ich bin natürlich dann auch immer ganz beeindruckt von den jungen Athleten. Und dass sie mit dabei sein wird, das ist natürlich ganz toll. Und du hattest ja im letzten Jahr, 2023, nicht so ein ganz einfaches Jahr. Aber wir sprechen ja auch mal über Krisen. Und du hast deine langjährige Trainerin verloren. War schon im hohen Alter, aber ist im letzten Jahr gestorben. Und du hattest selbst eine Not-OP. Du hast in Interviews dann gesagt, dass du diese Not-OP nur so gut überstanden hast, weil du so fit warst. Ja, also weiß natürlich mittlerweile jeder, dass ich versuche oder dass der Sport eigentlich dadurch, dass ich ihn als Leistungssport so intensiv betrieben habe, hat er mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Und ich habe auch selbst danach gemerkt, ich muss einfach immer irgendwie Sport machen. Und für mich ist das auch nach wie vor, ich verstehe das immer nicht, wenn jemand sagt, ich habe noch nie Sport gemacht, mir geht es gut. Und ich weiß einfach, es wird aber der Augenblick kommen, wo du wirklich was tun musst für deinen Körper. Wir nehmen immer mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit das hin, dass diese Maschinerie funktioniert. Und wir geben zu wenig zurück an den Körper. Und für mich ist das irgendwie alles so logisch, dass wir die Muskeln haben, die wiederum unseren Knochenaufbau unterstützen. Und dass wir diese Muskeln auch trainieren müssen. Und ich merke es auch selber, dass es einfach für mein eigenes Wohlbefinden ganz wichtig ist, ich zum Beispiel auch viel besser denken kann, wenn ich vielleicht früh erst mal Joggen gegangen bin. Oder gerade auch Dinge, die sich psychisch im Kopf abspielen, kann man auch durch Sport sehr gut wieder kompensieren oder irgendwie in Relationen bekommen. Deswegen finde ich immer, dass aktiver Sport für mich mittlerweile ist wie so ein Allheilmittel. Und ich bin natürlich lieber jemand, vorbeugen ist besser als heilen. Ich habe natürlich hier in Potsdam auch ein eigenes Sportstudio. Das ist auch so entstanden, weil ich selber geschaut habe, wo kann ich denn meinen Sport machen. Und da hat mir nichts so zugesagt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also habe ich gedacht, wie alles im Leben, muss ich das jetzt auch noch selber bauen. Habe es gemacht und habe auch sehr dankbare Mitglieder, die auch schon alle ein bisschen älter sind und sagen, Mensch, wir merken, wenn wir regelmäßig unser gezieltes Muskeltraining durchführen oder Koordination oder gerade auch Beweglichkeit, Mobilisierung, dass es einem im Alltag einfach besser geht. Und das ist genau so ein Punkt. Ich hatte dann letztes Jahr, haben Sie ja angesprochen, hatte ich eine Not-OP an der Halswirbelsäule. Und ich war in einem anderthalben Tag aber zum Glück wieder raus aus dem Krankenbett. Und selbst im Krankenhaus, die haben gestaunt. Und da merke ich einfach, ich bin fit, aber ins Krankenhaus gekommen. Und das macht ganz viel aus, wenn du, ich meine, bei einem Bandscheibenvorfall kannst du nichts machen. Den kriegst du auch, wenn du fit bist. Da sind halt mehrere Faktoren, die dann zusammenspielen. Aber es ist immer besser, wenn du irgendwas bekommst, was eine Krankheit ist. Und du hast aber eine bessere körperliche Konstitution, als wenn du schon irgendwie so ein bisschen malade bist. Also Kraftsport haben ja viele gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig das auch ist. Ja, ja, ich nenne es immer gern gezieltes Muskeltraining. Und das ist total wichtig, weil die Muskeln, die halten uns wirklich beieinander. Und das wird tatsächlich immer noch so ein bisschen zur Seite geschoben. Man geht immer gern essen, man genießt gern, man feiert gern, man trinkt. Aber dass man aktiv was machen muss, das würde ich mir wünschen, dass das auch gerade ein bisschen mehr von unseren Krankenkassen mit unterstützt wird. Weil auch da, vorbeugen ist besser als heilen. Ich glaube, dass auch für Krankenkassen das vom finanziellen Aufwand viel besser wäre, noch mehr zu motivieren, ihre Mitglieder und sie auch zu belohnen, wenn man aktiv was tut. Weil man dann tatsächlich nicht so krankheitsanfällig ist. Sicherlich gibt es genügend Krankheiten, Schicksalsschläge, da hat das nichts damit zu tun, wie fit du bist. Plötzlich, du bist fit, Schlaganfall und du denkst, da war doch noch gerade Schwimm. Also es gibt Dinge, da kannst du einfach nichts dagegen tun. Aber ich glaube, insgesamt, wenn wir mehr aktiv im Leben sind, ist es ja egal, was du machst. Ich gehe gerade hier die Fahrradfamilie mit dem Fahrradpferd vorbei, man geht aufs Boot, man rudert. Aber natürlich ein gezieltes Muskeltraining, das ist schon eine gute Grundlage für vieles. Vielleicht noch mal konkreter mit dem ganzen Wissen, das Sie über Sport haben. Was würden Sie empfehlen, was reicht denn so oder was sollte man machen, um im Alltag fit zu bleiben langfristig? Ja, das sind die einfachsten Dinge, mit denen man fit bleiben kann. Den Fahrstuhl nicht nehmen, sondern lieber die Treppe steigen. Tatsächlich mal aufs Fahrrad, wenn man sich sein frisches Brötchen beim Bäcker um die Ecke holt, dann lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto hinzufahren. Einfach mehr versuchen zu laufen, auch sicherlich, wenn man arbeitet, am Schreibtisch auch mal zu stehen, vielleicht sich auch mal einen Bäcker zu stellen, dass man nicht acht Stunden am Stück, ich meine, ich merke es ja selber, wenn ich dann mal meine Büroarbeit erledige, am Computer sitze, Sachen beantworte oder halt administrative Dinge erledigen muss. Das geht ja auch an meinem Schreibtisch nicht vorbei. Aber da sind vier Stunden in Nullkommanix weg und du sitzt da und denkst, oh Gott, der Tag ist schon halb zu Ende und eigentlich will ich noch körperlich was machen. Ja, und Sitzen ist ja wirklich eine Krankheit unserer Zeit. Ja, Sitzen, also sagt man mittlerweile, das ist das Rauchen. Also es ist eigentlich von der Gefährlichkeit, wir sitzen bis zu acht, neun Stunden am Tag, das ist eigentlich ganz furchtbar. Also dafür sind wir ja nicht gemacht, also man sollte sich wirklich versuchen, mehr zu bewegen, gerade auch da, da könnte man vielleicht auch mal einen Schreibtisch, der ein bisschen höher ist, so dass man mal steht, auch dann mal ein bisschen weggehen oder wenn man mit Kollegen sich unterhält, mal irgendwo hingehen, einen Kaffee trinken, nicht gleich wieder hinsetzen. Also man muss schon versuchen, auch bewusst Bewegung in den Alltag mit einzuarbeiten. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und machen Sie weiter mit diesem tollen Projekt. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, alle Infos zu uns gibt es wie immer auf danebenanders.de und da gibt es auch alle Informationen zu unserer nächsten Lesung. Wir machen nämlich eine Lesung mit Kathi Karrenbauer, sprechen mit ihr über ihre Verfolge und Niederlagen und auch darüber, wie die Demenzerkrankung ihres Vaters ihr eigenes Leben beeinflusst hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss und bis bald.